Ach, es kam schon wieder einer nach Hause. Ei, ei, ei. Hau ab! Hau ab! Geh weg! So, ihr Lieben bei YouTube, da sind wir wieder. Was war es jetzt nochmal? Genau, 108. 11 Uhr und 5 Uhr. 11 Uhr. Okay. 108. Ups. Upsi. Upsi. Ist das hier? Die sind schon weg. Oh. Wie es um 5 ist nur einer da, ne? Das geht doch eigentlich. Ist das eine Garage? Ja. Da kommt ein Passant. Ich muss hier kurz warten. Was? Du Kackarsch. Ich dachte, die wäre schon weiter. Was ist das hier? Andere Linsenkamera oder was? Mann. Ich muss ein bisschen länger warten. Oh nein, wo sind jetzt meine Kippen? Kleinen Moment YouTube. Ich lasse das einfach mal laufen, ja? Good. Mal raus. Ich lasse das. Ich lasse es. Das war's. Und wiederhol Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ich sehe jetzt gerade auch keinen Passanten, Gott sei Dank Doch, 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 da ist einer Ah, auf der anderen Seite Ich würde schon ganz gerne durchs Fenster So, 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 so Die Polizei, die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das ist sehr nett von dir. Lieb gemeint, aber nein. Noch auffälliger. Optimal. Was haben wir denn da? Ui, jala. Jawollo. Cash, Junge. Oh, eine Kamera. Gut, du bist besser. Oh, eine Kamera. Kommt ihr hier rein? Ja, ist in der Wohnung. Ein Gemälde. Spielen oder zerstören. Da ist noch mal Geld. Wow. Wo ist das Gemälde? Was ist das hier? Sieht doch hässlich aus. Okay. Alter, das ist richtig doof, ne? Wirklich. Und das war nicht jetzt nicht mal Spaß oder so. Ich denke wirklich, jedes Mal hier kommt die Polizei. Ich denke wirklich, die kommen hier jedes Mal, Mann. Das ist richtig kacke für das Spiel. Ja. Dankeschön. Für deine B-Design-Hitachin. Wir haben noch alles. Oh, 188. Da müsste doch jetzt alles durch sein, ne? Hat er das vorher nicht abgehakt? Jetzt gucken wir mal. Warte mal, was ist denn das eigentlich hier für ein Stern? Das ist ein Stern-Hitachin. Kannst du zu Hause wieder auf den Laptop gucken, ja? Okay, das ist abgehakt. Kunst ist nichts. Nee. Auch nichts. Nee. Gitarrentechnisch war da was bei, nee. Nee. Und hier auch leider nichts. Okay. Aber für die Gitarre kriegt man gutes Geld. 250 waren es, glaube ich, ne? Dann fällt raus. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Hallo. 250 für die Gitarre. Kamera gibt auch ein kleines bisschen weiß-roter. Naja. Wird langsam. Kundschaften war das nächste Haus aus. Jobs. Hier ist nochmal Spüle kaputt machen bei 106. Teller kaputt machen bei 106. Machen wir doch das, oder? Spüle und Teller kaputt machen bei 106. Sie lassen das Fenster an der Rückseite des Hauses offen. Ah, die sind das. Okay, von 12 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts. Ach, nachmittags. Okay. Sie haben ein teures Gemälde gekauft. Es gibt einen Tresor mit Geld. Okay. Wir haben zwei Stunden Zeit, das Gemälde zu finden. Um das zu tun, was wir tun müssen. 106 bis 106. 12 Uhr. 106. 12 Uhr. Warten wir doch gleich hier. Ach, wir gehen so viel wie durchpennen hier, du. Machen wir... Was? Machen wir 11 Uhr? Können wir nochmal kurz gucken. Okay, die kommt von hier raus. Also, da könnte man ohne ein Tor rein. Theoretisch. Bei dem anderen würde ich nicht, weil da musst du dann drumherum gehen. Das hier ist mich unbekannt. Da ist sie jetzt zu Hause. Da müsstest du dann drumherum... Also, müsstest du... ...dich da langschleichen. Und dann sehen die dich da vielleicht, wenn du Pech hast. Warum doch lieber vorne rein. Klar, offenes Fenster ist super. Aber wer haut denn ab und lässt das Fenster offen an? Aber hier ist auch gerade nirgends so ein Passant in Sicht. Okay, 106. Sollten wir eigentlich gut reinkommen in die Haustür. Tresor mit Geld. Das Gemälde würde mich interessieren. Vielleicht ist es ein gutes Gemälde, was wir auch so auf dem Schwarzmarkt verkaufen können. Jetzt mach hinne, bevor wir ein Passant kommen. Ich habe nur zwei Stunden Zeit für den ganzen Bobens. Oh, die haut ab. Okay, ist noch kein Passant da. Jetzt ist sie weg. Oh. Das dauert relativ lange. Oh, da kommt ein Passant. Ist noch ein bisschen weit weg. Okay. Garage. Klein Vieh. Da kommt er neben mir mit. Ich wollte doch gucken wegen DLC. Mach ich gleich mal dann. Irgendwo was. Nein. Ist ja eh keiner zu Hause. Das hört ja keiner draußen. Wenden. Wieso sollten sie denken? Ich brauche ein. Wieder eine Kailer gefunden. Okay, wir gehen mal runter. Wir haben nämlich echt sau wenig Zeit hier. Oh, ernsthaft? Da ist der Tresor. Da ist das Gemälde. Ah, das müssen wir tragen. Das ist doof. Äh, stellt das wieder ab? Stellt mir das wieder ab? Was? Wer hat das nicht abgestellt, Mann? Ach, es kam schon wieder einer nach Hause. Ei, ei, ei. Hopp. Hau ab. Geh weg. Scheiße. Ja, na sicherlich. Erst mal schön gemütlich aufbrechen hier zum Abhauen. Eigentlich können die mich auch fangen. Da ist drauf. Können die mich hier überhaupt fangen? Ich hätte die Teller und die Spüle einfach kaputt machen sollen. Oh, Alter. Okay, die Cops sind wieder weg. Aber da kommt gleich noch einer nach Hause. Jetzt kommt die hier wieder rein. Aber Teller und Spüle kaputt machen wird schwierig mit Abhauen noch. Ich glaube, ich sollte zum Auto gehen. Und einfach noch mal pennen. Bis zwölf. Wie gemein. Mitze abhauen, Kopf nicht weg. Scheiße, die Folge gehört. Von zwölf bis zwei ist ja, ne? Jetzt nur auf das Ding zu konzentrieren. Auf die Aufgaben erstmal. Ah, es kommt dann passant. Die Tür ist offen. Wieso ist die Haustür offen? Das ist ja wirklich die richtige Einladung. Das Bild hat sie auch nicht wieder hingestellt. Ähm, Spüle. Spüle. Hier? Warte mal, ist die noch zu Hause? Ich glaube nicht, dass das die Spüle war, oder? Was leuchtet denn da? Was ist das für das Zehn wert? Öl und Teller kaputt machen. Was? Was? Ey, ich wollte gerade abhauen, ne? Es reicht. Ich wollte gerade abhauen. Es ist lang. Oh Gott, da kommt einer nach Hause schon. Gut, wir haben wenigstens beides erledigt. Und ich glaube, wir haben den Topf für diesen einen Dings, für den Schwarzmarkt. Hey, 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 hey. Alter. So. Erst mal nach Hause gucken. Schließen. War das nicht jetzt hier? Küche, ne? Ja, hier. Pfanne und Topf verkaufen. Haben wir das erledigt. Fehlt für Küche nur noch alter Toaster. Was anderes ist hier noch nicht, ne? Doch, Mikrowelle. Ah, optimal. Gut. Hm. Hm. Das ist ja wie das verrückte Labyrinth. Katsching. Erst mal ein bisschen gelernt hier. Wenn das hier nicht auch so einfach wäre, ne? Okay. Ich meine, ich muss hier nicht in meinem Pfandhaus, ich könnte zuhause auch erstmal lagern, aber... Oh, was? Smartphone flat gibt 900 Piepen? Oha! Ja, geilo Mann! Geilo! Okay, jetzt hätten wir hier noch 107 frei. Toilette zerstören. Bei 107. Neben der Eingrisszübe befindet sich sehr viel Bange. Ja, 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 ja. Von 8 bis 11 Uhr. Von 8 bis 11 Uhr ist niemand zuhause, okay. 107, 8 Uhr. Warum hier? Ich hatte gerade gar nicht meine Dings auf. Hätten die mich erwischt, Alter. Hätte ich richtig auf den Sack bekommen hier, ne? Wie können die nur so fahrlässig werden? 107, 8 Uhr. Planeta! Ich habe einen Reifenplatz da jetzt wegen dir. Du machst Lärm. Ja, toll. Leute machen Lärm. 8 Uhr. Machen wir wieder 7 Uhr, ne? Gründe und so. So. 107. Ist das hier 107? Ja. Ihre Toilette kaputt machen. Ach, da waren wir da vorhin schon mal drin, ne? Haben die wieder den Bums da draußen? Ne Radio steht wieder. Weinen nicht. Okay. Geil. Hinten ist auch ne Tür. Stimmt, ich bin ja vorhin da rein. Genau, da gehen wir hier auch rein. Jetzt nächstes Mal. Wieder. Beobachten den Spaß von hier, bis sie weg ist. Und irgendwie sitzt sie gerade nicht so geil. Jetzt. Jetzt ist besser. So, der Vati wartet ganz gespannt. Ah!